Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Half-Life Alyx. Die Pause ist leider ein bisschen länger geworden, wie ihr seht. Ich bin anders angezogen. Bei rote Jacke hatte ich vorher auch, also na. Es ist leider ein kleiner Fehler passiert, denn ich musste leider den Teil der Aufnahme wegschmeißen, der hier nachkam. Sprich, ich habe das Spiel im Prinzip schon jetzt zum Ende gespielt, aber why ever, der Ton war komplett weg. Sowohl mein Sound als auch zur Hälfte die Voice, alles war weg. Das heißt, wir spielen das Ganze jetzt noch mal. Einmal ich für euch, das erste Mal, ich für mich das zweite Mal. Was aber nicht schlimm ist, denn dann kann ich meine Inkompetenz ein wenig kompensieren. Und das wird es euch beim letzten Mal schon nicht gekonnt. Was war das? Ne, ne, ne. Irgendwie muss man das hier ganz schnell machen. Irgendwie ganz schnell. Irgendwie so schnell, dass man... Ah, keine Ahnung, wann das klappt und wie das klappt, aber ganz klar. So, hier kam eh ein Ladebildschirm. Dann kann ich euch noch mal kurz erklären, was los war. Ähm, ja, also Sound war komplett weg. Ich war für mich im Prinzip dann, ja, in der Voice-Line isoliert am Ende. Aber gut, naja, ich sag's mal so, passiert. Gerade bei dieser Kombination aus Headset, Mikrofon, OBS, alles Mögliche. Es scheint der manchmal nicht so gut zu verstehen. Also, ich hab jetzt ein neues Programm auch auf dem Rechner, was mein Sound noch mal ein bisschen verwaltet. Ähm, ist gut. Weil dadurch hab ich jetzt drei Tonspur. Wer ballert da? Ähm... Ja. Aber ist glaub ich auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt ein bisschen Zeit dazwischen noch mal hab schleifen lassen. Ich musste nämlich auch erstmal gucken, ob ich wieder an meinen Spielstand komme. Weil das war ja auch nochmal so eine Sache. Aber es hat Gott sei Dank geklappt. Ähm... Aber ich muss ganz ehrlich sein. Wir spielen ja so viele Spiele momentan immer nebeneinander her auch. Ganz wissen... tue ich auch nicht mehr, was hier war. Aber... Äh, drauf. Nix. Nix. Ich weiß nur, dass es zum Teil mega nervig war. So. Ähm... Das nehmen wir mal. Stinke Stinker. Hier könnte man Heilung nutzen, wenn man Heilung hätte. Äh... Ach ja, da war die Heilung. Heilung brauchen wir aber absolut nicht. Heilung brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Da ist sogar noch... ...mehr. Zack. Scherz. Nein! Nein! Dich hab ich nicht gesehen! Ah! Urgh! Seht ihr? Sachen vorspielen? Das bringt gar nichts. Ja, scheiße. Sachen vorspielen bringt gar nichts. Wenn man so ein Gedächtnis hat wie ich, dann ist das ganz egal. So. Aber, das... Ach ja, hier! Ach, scheiße. Okay. Äh... Warte mal. Das konnte man, glaub ich, abnehmen. Ja. Hehehe. Ein paar Markerweibinger dann. So. Uh! Was ist das? Moni. Was ist das? Noch mehr, Moni. Mehr, mehr, mehr. Äh, kalt da runter. Uh! Uh! Ah ja, ich hab meine Maske gegangen. Warum hab ich keine Maske mehr? Äh... Beide! Ja! Super ist das! Weiß so! Oh oh! Die, die liegt da gut! Die liegt da gut! Die treff ich! Habe ich sie richtig? Ihr sieht zermatscht aus, ne? zerfleddert und zersplettert. Bist du Matschig? Na, so matschig ist sie gar nicht, wie sie sonst immer ist, aber vertrau dem Spiel mal hier. Was ist das? Das pack ich mir mal hier rein. So. Was müssen wir hier machen? Polymer. Polymer? Auf die Treppe gelegt. Polymer? Zack, so. Maske. Denn Maske tragen ist Pflicht. Ja, ja, ja. Die Prinzen siehst du aus wie die da. Das wollen wir aber nicht. Was wollen wir? Hey. Richtig, die Waffe mal weg. Nicht mehr. Boah. Oh boy. So. Ey. Ey. Ah. Das zieht einfach mal halt das Heft aus, wenn man hier am Arbeiten ist. Scheiße. Scheiße. Oh nein, die schon wieder so kacka. Oh nein, der wirft mit Kartons. Au. Wo ist meine Shelly? Ich glaube, ich nehme immer jetzt die für... Ja, ich glaube, ich nehme immer jetzt die für... Ja, ich glaube, ich nehme immer jetzt die für... Ja, ja, 3 Shells left ist... Ich habe Shelly. Scheiße, ich habe Shelly. Ich brauche mehr Shelly. Wo sind meine Shelly? Chelsea. Chelsea? Chelsea wäre auch ein geiler Name für so eine Waffe, oder? Ja, ich glaube, Shelly. Shelly oder Chelsea? Was soll ich denn die besser machen? Shelly? Shelly. Shelly. So. Ähm. Wuhu. Scheiße. Wohohohohoho. Was close. Alter, wie schnell diese Dinger immer werden. Wenn du ein bisschen... Bisschen dich bewegst. Und... Scheiße. Oh. Stimpeg? Das zeigte damit. Scheiße. Ja, dann schmeiß das raus. Äh, dich packe ich gleich hier mit rein. Jo, endlich. Nachladen. Was Stimpeg mit dir nicht? Ah, schön. Ach. Was ist denn jetzt ein, wer da unten? Ich würde es eigentlich nur mal gemacht haben, weil ich mir gedacht habe, ey, es lebt. So. Ähm. Hier musste ich irgendwas machen. Baggerfahren. Schreit. Ach so, stimmt. Äh. Es. Brauch ich. So. Nein. Problem, was ich jetzt gerade habe, bin ja so scheißenmiese in den Kämpfen. Und ich darf jetzt die ganzen Kämpfe, die ich alle mühevoll gemacht habe, dass ich alle nochmal machen. Alle nochmal machen. Das ist echt... War ich das schon? Ne. Das ist ein Schloss. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. So. Äh. Ich musste jetzt hier... Oh, da ist noch ein Polymer. Äh. Hier kam, glaube ich... Kam nicht? Doch, kam. Ah, nein. Oh. Äh. Nix getroffen. Das ist schön. Das sieht mir in den... So. So. Ähm. Au. Äh. Oh, diesen Arsch zu treffen. Ja! Scheiße! Die Moni greffe ich noch. Naja, nicht mehr so viel. Ja! Auf den Sack! Oder auf den Arsch in dem Fall. Was ist das für ein Schatten? Ach so, das ist ein scheiß Ding da oben. Ich denke gerade, was kommt denn jetzt noch auf mich zu? Doch, äh, dich brauche ich hier nicht. Oh Mann! Ich brauche mich hier ein. Nach da. Oh, der Baumeister hier. Was war das? Ach du, da hinten. Aua! Ich bin halb schon am Tisch hier, oder was? Oh Gott! Echt, war da echt schon mein Schreibtisch? Boah! Ich glaube, du glaubst das nicht, wie nah das alles ist. Schön! So, Bruder! Komm, hier den Kopf hin. Ach so, das ist schon dämpfig. Oh, da sind meine Shelds. Sheldsie! Sheldie! Hoch bei dir. Ach, ne. ... Moni! Muni! Muni! Das Beste, was wir kriegen können. Denn Muni, uns schneller aus, als wir gucken können. Ähnlich schieße! Ein Idiot! Denn bei mir ist nichts im Blut. Bosen braucht kein Mensch. Ei! Ach komm schon. Nix. Äh... Joa. Dann... Geh nix. Geh nix. Geh nix. Geh nix. Geh nix. Nex. Das ist eine der schönsten Sachen in diesem Spiel. Wenn man mit der Hand hier irgendwo gegen machen kann, einfach so gut. Tuck, tuck. Den ganzen Tag, Mann. Da ist was. Ah, bitte kommt keine Headstrap jetzt hier entgegen. So. Ja. So kommt man hier durch. Äh... Jetzt muss ich glaube ich wieder hier hin. Aber hier runter. Jetzt schon rüber. Diesen Sprung, den schaffe ich. So, Leute. Zack. Nichts vergessen. Alles mitnehmen. Ah, warte mal. War hier nicht noch was? Warte mal. Irgendwas war hier noch. Äh, 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 äh. War es hier durch? Ja. Haha. Alex. Alex, wir kommen jetzt nahe zu der Vault. Du wirst nicht mehr Möglichkeiten haben, deinen Resin zu benutzen. Das ist ein guter Punkt. Ich will sehen, ob es irgendwelche Upgrade gibt, die ich nutzen kann. Ich kann nicht glauben, dass meine Pistole es so weit gemacht hat. Ja, genau das war es nämlich. Stimmt. Weil das ist jetzt der letzte Punkt, wo wir scheinbar uns upgraden können. Vor dem Finale. Also ihr merkt, wie nah wir am Ende sind. Äh, hä? Hä? Achso. Ey, Bitch. So. Guck mal, den können wir sogar von 2 treffen, den hier. Interessiert mich eigentlich auch nicht, ob ich den von 2 treffen kann, weil ich den nicht mehr mit einem treffe. Aber. Perfekto. Ich baue mir ne Waffe neu. Zack. Äh, irgendwas wollte ich nämlich noch haben. Ich wollte den Google-Behälter. Äh. 49, äh. Ja, was mir halt aufgefallen ist, als wir das Spiel jetzt nochmal neu gestartet haben. Ähm. Ich hab erst gedacht, Mist. Okay. Das Spiel hat nur einen einzigen Safe Point. Aber nein. Aber nein, es gibt im Prinzip so ein... Oh, wow. Check it out. My gun just keeps getting better and better. Yeah, Russ. Technically, I don't think there's a whole lot of your gun left anymore. Ähm. Ich sag dir was, lass uns diese Idee auf Halt für jetzt. Wir können über meine Gunn sprechen, wenn du zurückkommst. Ähm. Ne, aber das ist ganz cool eigentlich mit der Speicherfunktion. Denn, wir können hier sozusagen auf einem Spielstand einzelne Speicherstände auch haben. Also aus verschiedenen Episoden, Kapiteln, etc. Ich sollte jetzt auch nochmal speichern, bevor uns irgendwas passiert. Zack. Also ich mich kenne. Ihr könnt das wahrscheinlich. Ich nicht. Äh. Ich brauche irgendwas um die... Ich würde gerne den da aus dem Weg nehmen. Also warte mal. Geht das? Ja. Müsste eigentlich ja wieder auskosten. Oder auch nicht. Na gut. Na ja. Versucht, was wär. Ich hätte es erwartet, er kotzt das einfach so wieder aus. Bleibt gut. Was dabei? Hast du nicht? Oh, ne. Oh, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Das Schöne an diesem Magazin ist jetzt, ich habe eigentlich, wie ihr seht, nicht mehr Munition. Das Magazin ist jetzt alle, aber ich kann zwei Magazine hintereinander sozusagen in die Waffe laden. Ist natürlich auch ganz geil. Weniger oft nachladen. Aber hier ist sonst nichts. Ab mit uns nach oben. Eilung? Mach ich das? Ja, komm. Vielleicht mein Kleider, ich kann da nicht hin. Guck. War schon. Da habe ich den Wurm geplattet. Gut. Oh, oh, Schatz. Schatz. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch für das andere? 150? 80? Noch was? Da ist noch Munition, das ist gut. Schön. Auch noch was? Nein, jetzt nichts mehr. Na ja, gut. Dann gehen wir mal nach draußen. Gott, ich will nicht. Äh, ich nehme, glaube ich, die Maschinenpaste. Was? Das war ich schon? Äh, habe ich nicht noch eine Granate? Habe ich nicht noch an meiner Schrote eine Granate? Nein, du sollst da dranbleiben. Nein! Jetzt hat es genau das Ding getroffen. Naja, gut. Habe ich den? Habe ich den? Nein! Habe ich den? Ich finde ja scheiße an dieser Waffe, dass man nicht sieht, wie viel Munition nur wie der Schuss da noch drin ist. Äh, ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh nein! Nein, 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 kein Dicker. Ah! Kann ich die zurück... Oh was, ich kann die zurückwerfen? Warum wusste ich das nicht schon früher? Man kann ja Granaten aufheben! Oh, oh Gott, da ist ja auch noch ein Dicker. Äh, wo ist die andere? Aua! 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 Uuhh! Nein! Ich will mich nicht den Handvoll munter halten. Wow! Zwei Magazine. Fertig! Da drüben. Uh. Muss näher. Da hin. Scheiße, ich sehe ihn nicht. Ich weiß, wo ich bin. Scheiße. Ich habe noch eine Granate irgendwo. Nein, es gibt nur zwei Stimpaks. Oh Mann, hör auf. Die Munition dürfte ich nicht mehr haben. Wow, konnte ich die beiß schmeißen. Muss nur wissen, wo das Ding ist. Oh, bin ich das hingeschmissen. Oh, bin ich das Teil ganz hingeschmissen. Das Mund nie. Shells. Gut. Ja. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Scheiße. Scheiße, ich hätte von mir ran geklemmt. Ich hätte von mir ran geklemmt. Da ist n einer. Na komm schon, mach das Ding nach vorne. Ach nö. Voll auf den Arsch. Au. Oh nö, keine Drohne. Kleine Drohne. Oh fuck. Fuck. Du bist der kleine Drohnen-Arsch. Hör auf, lass deine Drohnen da wo sie sind. Oh, ich hasse diese Drohnen. Ich treff die doch nicht. Au, 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 au. Wo schieße ich eigentlich hin? Hagen wir uns alle. Mann. Machs mal. Was? Echt? Letztes Magazin? Habe ich die alle hingeballert? In der Luft? Ja. Leider ja. Puh. Äh ja, ich glaube ich kann noch mal. Ah scheiße, ich glaube nicht. Gut, ich bin voll... Ich habe null Munition. War hier noch einer? Hallo? Ach da ist das fast! Sicher ist sicher. Nicht, dass ich da gleich rein glaube. Gut. Ihr Honks. Da stand einer oben drauf. Hat jemand von euch noch ihr Munition? Na, schön. Ja. Na gut. Das ist nur ein gutes Fass. Da gehts weiter. Jo. Schön. Nein! Leere Tun verstoßen. Nicht schön. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Ich auch mal. Ah. Oh Gott. Gut. Gut. Schade. Hätte er sein können. Oh, da sehe ich doch was. Ah, ich glaube ich habe hier nichts mehr dran. Echt? Ah, wie schön. So schön suchen. Oh, wie mehr werden wir wohl nicht mehr finden? Was ist da hinten noch? Ich glaube ich speichere nochmal. Ich nehme mich hier wieder inkompetent irgendwo in den Tod stürze. So, ich muss mal ganz kurz eben meine Maske drücken. Aua, Aua, Aua. Ich habe irgendwie gedrückt. So. Lass ich mir meine Hände baumeln hier. Seele.